Hallo, ich bin der Burkhardt. Ich bin seit 25 Jahren Schlagzeuger, spiele bei Albert Frei, spiele bei allen möglichen Leuten, mache Gospelkonzerte und so weiter und so fort. Viele von euch kennen mich ja. Ich mache das mit leise und lautstärke. Ich liebe es zu trommeln. Ich mache das mit ganzer Freude und mit Herzen. Ich bin jetzt von heute auf morgen mit meinen Konzerten bei null, also Einkommen auch praktisch null. Und da ich eigentlich nicht die Hände in den Schoß legen wollte, habe ich mir gedacht, was kann ich tun und habe diese Startnext-Kampagne gestartet. Und das ist jetzt nicht, dass das ein Spendenaufruf ist, sondern es ist eigentlich eine Vorabbezahlung für Sachen, die ich gerne machen werde. Also darunter sind Workshops, dabei sind Konzerte, die man buchen kann, Einzelunterricht, Intensivtag, alles mögliche. Guckt euch da mal um. Ich habe auch Stöcke eigene, das wisst ihr vielleicht hier, Optimistik. Die halten super lange. Ich habe die Beckenkente erfunden mit dem schönen Clip dran. Benutzen auch ganz viele Schlagzeuger. Guckt euch um. Ich habe sogar das Moped, das alte von mir, von 1951 als Einzelnes zu verkaufen. Ihr würdet mir helfen. Ich freue mich. Dankeschön. . Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018